Mein Name ist Michelle Leuset. Ich bin Kino-Speakerin, Beraterin, Team-Facilitator für die Themenbereiche Unternehmenskultur, Kulturwandel, Teamentwicklung und vor allem Vielfalt. Herzlich willkommen, Michelle Leuset. Ich war 20 Jahre lang in B2B-Konzernen tätig. Vielfalt bringt das Unternehmen nur dann weiter, de facto, wenn es auf die Entscheidungen einen Einfluss hat. Alles andere sieht zwar gut aus und das ist vielleicht auch nicht gemeint, aber unternehmerisch gesehen hat nett gemeint eigentlich noch nie gereicht. Warum denn hier? Wir neigen dazu, das Thema Diversity Management mit dem Thema Corporate Social Responsibility zu verwechseln. Diversity ist keine gute Tat. Diversity ist eine Managemententscheidung, um die Beweglichkeit und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Und deswegen fordere ich einen Paradigmenwechsel. Mit Business-Einschluss ist es echt interessant zu sehen. Sind wir diverser in der Zusammenstellung des Top-Managements, wird das Unternehmen wahrscheinlicher, profitabler. Schwarze Frau, aber dieser französische Akzent und irgendein Dialekt ist noch dahinter. Aber was ist das denn eigentlich? Humor spielt in meiner Arbeit eine sehr, sehr große Rolle. Wow, da war ich gewesen. Wir brauchen den Humor, wir brauchen die Tatsache, um selbst nicht ganz so ernst zu nehmen für den Augenblick, um aufzumachen. Wir können nichts ändern, ohne sich zu ändern. Das funktioniert nicht. Ob als Impulsgeberin oder als Prozessbegleiterin, unterstütze ich Unternehmen und Entscheiderinnen und Entscheider genau bei diesen Fragen rund um Vielfalt und Unternehmenskultur. Wie kommen wir denn raus aus unserer Komfortzone zum Wohle des Unternehmens und zum eigenen Wachstum? Meldet euch, ich freue mich auf den Austausch. Pour arriver, il faut d'abord vouloir. Only that which springs from your veritable will can succeed. Dankeschön.